Yo, moin und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Ich hab sieben die Regierung. Dafür wirst du viel kaufen können. Nein. Ich denke schon, eine ist der Fall. Okay, dat war Lack. Dat war Lack. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Und da ist er weg. Und das war er. Nicht nur ich. Bad Lack. Ich bring da rein. Ja, ich wollte eigentlich drüber springen. Aber so weit springt der Typ nicht. Dreck, das hat mich jetzt viel gekostet. Immer F. F und das E. F und E? Wie schlimm, wenn man andere Spiele spielt. F und E? Hä? Wie öffnet man nochmal das normale Menü? Mit Tab, ne? Ah, mit Tab. Okay. Such Daisy und spiel es ihr vor. Und wir müssen unbedingt abwarten, wie sie reagiert und es mir erzählen. Okay? Lieber nicht, aber okay. Ja. Und wir haben es noch nicht mal gehört. Ich denke, wenn wir es gehört hätten, hätten wir über was selber verpasst. Okay. Und jetzt geht's los. Ich stehe auf dich, Daisy. Lass mich an dein Otter. Der Bandit duft es ja auch bei dem Roboter. Du bist so heiß. Du bringst mich zum Beben. Du bist wie ne Blume von G'dammen umgeben. Ich erhänge mich an meinem Grab. Nur deines Wegen. Lässt du mich nicht bei dir mein Rohr verlegen. Darf ich da mit rein, darf ich da mit rein, darf ich da mit rein, darf ich da? Stumpf. Ich glaube sie fand es zum sterben gut. Ich poste auf Facebook und lache sich einen kaputt. Nur mal so, man kann hier hinten auch rein. Ja. Sag mal, die Sache, die du für mich erledigen solltest, wird das noch was oder wie läuft's mit dem Job Keule? Unbedingt. Oh nein. Oder ist das so ein? Oh. Ja, die behalte ich. Die ist nice. Die ist nice. Ne, wenn die vorne so drei Läufe haben, dann laufen die auch wahr, ne? Ja, ich weiß. Normales FG. Überbringe Nachricht. Jo. Oh lol, die Pfütze platscht. Was? Pfütze? Ja, wenn du in die Pfütze rennst, dann platscht die. Mehr Spieler bedeuten mehr Feinde, mehr Feinde bedeuten mehr Beute. Äh, mehr Beute. Und mehr Beute. Ach, sind wir schon wieder hier. Guck an. Wer wurden sonst? Was? Es gibt viele Städte in Borderlands. Ich meine, wir bleiben auf einem einzigen Planeten, das muss man sich immer im Klaren sein. Hm. Und wir reisen nur von Stadt zu Stadt im Schnellverfahren. Stadt zu Stadt. Dam, 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 dam. Oh, nice, nice, nice. Und kaputt, bevor er sich verwandelt hat. Das erstes kommt der ganz hinten dran. Rücken steht jemand. Kommt man da rüber? Jetzt ist einfach mal nicht. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, was ich getan habe. Ich brauche was präziseres. Was präziseres. Bist du irgendwo da hinten drin oder wie? Ha, das war präzise genug. Bam, 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 bam. Und kaputt. Sehr schön. Headshot. Alles klar. Was heißt das? Die sind nicht von Hyperion. Oh, das muss ein neuer Tod sein. Okay, Jungs. Drehen wir sie durch die Mangel. Ah, ja. Der Schleppchen wird erst mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Überlebe einfach den Aufnahmeritus, den er für dich geplant hat. Und wir nehmen dann die Nachricht. Okay. Ein Problem. Alter. Der quatzt mich voll. Alter. Der quatzt mich voll. Tor. Oh mein Gott. Ich werde deine Schädel denken. Ich werde deine Schädel denken. Ich werde deine Schädel denken. Dort. Sterbt alle Und noch ein Schuss Und tot ist das Ding Also da hinten ist die Mission Ja, wir müssen da irgendwie hochkommen Ja, aber die Mission ist trotzdem hier Achso, so meinst du das Die Quest, die wir noch nicht angenommen haben Hier müssen wir hin Okay, einmal hoch Eben alles nachladen Flop, ich hab keine Raketen mehr Okay Fabi, dann komm mal her, ich will hier nicht alleine reingehen Ja Also den lass ich dann noch ein bisschen reden, der ist jetzt Ja, schön Freut mich, ich hör's noch nicht mehr Ja, wo du bist Ja, ich muss hier hochlaufen Und wir müssen jetzt hier reinjumpen Dumpen Ja Eins, zwei, drei Du hast es durch einen Tonraum geschafft, Dreckhut Aber jetzt wird's Zeit für die erste Aufnahme Das reicht Ja, machen wir die mal fertig Magst du mich wieder überleben? Eigentlich nicht, nein Ich hab nix zum Abschießen Ich lass mir meinen Typ sie ablenken, während ich dich wieder belebe Au Willst du mich verarschen, Drex-Goliath Super-Badass-Monster-Goliath Das hab ich ein Lebensraum, wenn ich Wenn der in der Blase ist Aha Jetzt kommt mein Knife-Angriff und dann ist er tot Tschüss, Kollege Eine Granate Unbedingt Ich hab meine drei schon reingepulvert Just like this Hier ist einer, denk noch vor dir hauen Perfekt Wf, wieso hab ich auf einmal so wenig Leben? Ich auch Oh oh, ich will gerne meinen Shotgun ausrüsten Ich habe noch Leben Ausch, mein Bruder schreit dass die ridiculous Das war's für heute.